Bonjour, hallo, salut, willkommen zur nächsten Runde. Und zwar gibt es jetzt mal wieder ein paar, einen Punkt, wo wir verteidigen müssen. Ich habe es noch nicht angemacht, ich verließe es aber gerade nur. Und wir starten mal direkt, wir haben was leichtes, nur begrenzten Platz. Gucken wir mal, wir sind auf der Karte, da. Genau. Und dann mache ich jetzt mal wirklich langsam, leicht zu verteidigen. Ja, sieht ja schon mal gut aus, haha. Sack, der veräbbelt mich doch. So. Was habe ich denn überhaupt? 50, 100, 100, ich starte das sogar mit ein paar Waffen. Oh, 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 ich ahne Böses. Ich mache mal speichern, gleich zum Start. Seid nochmal herzlich gegrüßt. Zur Mission 9 von 20. Wir haben schon fast die Hälfte. Eigentlich flott müsste man meinen. Ach so, viel Kohle, Kohle, Kohle. Aber es ist echt begrenzplätze, hier unten mit dem Essen wird es hart. Mhm. Wobei, wenn das weg ist nachher hier. Aber hier kann ich mit dem Bogen schützen, mit dem Bogen schützen, wunderschön verteidigen. Oh, ich danke dem Headset, dass es so viel Bass hat. Das ist so schön. Im Hintergrund. Herrlich. Alles klar, hier kann schon mal keiner durchkommen. Oh. Oh. Nein. Das wiederholen wir aber gleich nochmal. Halt, was ist da oben? Da ist der Turm. Alles klar, Laden. Genau, du gehst mal da gucken. Hier geht man hier hoch. Hier gleich mal einen Stein bauen. Das passt ja. Zeitlich passt das hier absolut. So. Gut, hier scheint jetzt... Scheiße, da sind die auch gleich. Das sind wahrscheinlich die, die kommen würden, ne? Ich bedenke, wie viel ich jetzt auch weggeratzt habe da in der Einheit. Okay, gut, ne? Wir wissen es. Wir lernen draus. Wir werden ja auch besser. Möchte ich mal da oben hin. Die da hin. Und mach nur die Einheiten da oben weg. Nur die... Damit die mich nicht stören. Ich hab nämlich das Gefühl, die könnten kommen. Da oben auch noch. Da, da, da. Ein paar mehr. Halt, bevor die angreifen. Moment. Zack. Alles klar, jetzt kann ich nämlich Stein bauen. So, dadurch, dass ich ja 180 Steine habe. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm. So, boah, weiter brauche ich noch eine ganze Latte. Und los geht's. Zack. Und zurück. Die nehme ich aber mal alle weg. Boah, dann kommen ja nur noch die. Dann hab ich wirklich sehr leichtes Spiel nachher. Dann geh ich tatsächlich mal zurück. Dann hab ich nämlich eine Linie mehr. Habe ich verloren hier. Die nächsten. Das kann ich ein bisschen vorziehen. Ja, jetzt hab ich eine größere Einheitenpalette hier. Schießen. Mensch. Sind die denn doof? Ja. So, jetzt hab ich vier verloren. Äh, fünf. Halt, 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 halt. Doch, komm her. Scheiß drauf. Machen wir. Machen wir. Warum? Weil wir es können. Die machen wir auch weiter. Ich weiß nicht, ob mir die nachher fehlen. Gucken wir mal. Also, ob die irgendwie vielleicht geplant waren. Schicke ich die mal da hin. Und den auch. Schöne Musik. Ach, Förster auch fertig? Nice. Der kann ja wunderschön in die Ecke. Die können hier aufhänden verschwinden, die beiden Bonzen. Bonzen? Ich werde hier wahrscheinlich meinen hilfreichen Trick anwenden. Deswegen werde ich jetzt nicht übermäßig, äh, nochmal Förster nachbauen, weil. So, hier lasse ich mal einen Weg frei. Denn hier wird er nachher noch ordentlich gerannt. Gold, Gold, Kohle. Speichern. Nicht vergessen, liebe Moisins. Ich höre. Jawohl. Oh, mir. Oh, wow. Die hören sich auch an. Oh. Da sind sie schön. So, und mal gucken. Ich habe aber schon fertig gebaut hier. Holzfäller und so. Boah. Okay, da sind also noch welche. Und hier? Ah. Ist da überall? Ach, das sind nur Einheiten, die nur angreifen. Na, da oben nicht. Aber nur die, da ist ja nichts. Die greifen nur an, wa? Kaserne. Kaserne. Das wird sonst sehr scheiße. Ich nutze das ja nicht so liebensherzens gerne, aber... Sorry für die Situation. Muss ich es machen. Äh, ja, was? Den Code an mir, Entschuldigung. Ich habe es natürlich im Kopf, aber sag es nicht. Ich bin auch... Ich bin immer so in Gedanken, auch so vertieft. Ist doch eigentlich schön, mag man meinen. Aber... Nicht immer. Darum fehlt noch ein Schreiner. Ich sollte eigentlich auch Türme bauen, wie bekloppt. Da hinten werden welche durchkommen, da werden welche durchkommen. Aber ich wollte ja, wenn ich per Trick unauffällig hier durchkomme, wäre das ja auch schon mal eine große Hilfe. So, und los geht's. Diese Truppe ist hier hungrig. Ja. Gleich. Erstmal die. Einer, nein. Gut. Na, weg Nachricht. Da pflanzt er jetzt hier die Scheiße hin. Ich kann irgendwo anders bauen. Nur fällen, nur fällen, nur fällen. So ein Kack. So. Wabababa. Ich hab Angst, dass die jetzt alle auf einmal kommen. Du hast bloß gesägt und gehämmer, wa? Scheiße. Ich kann da nachher noch drüber bauen. Völlig Wurst. Nehmen wir es mal so hin, ist es halt echt ärgerlich, weil... Da oben kann ich auch nicht hinbauen, weil hier ist der Weg zu hart. Zu schräg. Ich weiß es nicht. So. Und die kommen mir nicht klar, oder was? So. Jetzt hab ich die ja sehr gut dezimiert. Im Vergleich, was ich verloren hab, hab ich da wieder gut runtergeboxt. Und da müsste ich mit Reitern reinmarschieren, da oben. Ich muss die da unten durchbringen, da in die Mitte hinstellen kann. Vorsichtig. Very nice. Ja, nehm doch nicht so viel Kohle weg. Schiet drauf. Zack. Jetzt passt auch die Mühle, ne? Wie ich wollte. Ich hab den Bauern nicht produziert. Ach, ich hab kein Knob. Die unten stehen sich ein bisschen im Weg, aber noch im Rahmen. Wird ja schon, wenn die Rüstung ist weg. Schilde sind weg. Das ist weg. Na ja, guck. Das läuft unten. Die Rüstungen sind auch gleich alle. Becker Müller und Viehzüchter. Ich baue nebenbei. Es ist alles... Entspannt. Noch. Aber nicht mehr lange. Wasser. Nova. So, die fällen jetzt endlich. Ich wollte gerade sagen, wieso kriegt er kein Stroh, aber... Warum liegt das Stroh? Passt, passt, passt. Ich bin mal kurz... Da drauf, auf der er gräht. Bauer, ein Bäcker. Das klingt so falsch. So, hier geht er los. Hier geht er weiter. Da fehlt ein... Wegen einem Baum, hör doch auf. Da passt es. So, jetzt wird gebaut. Jetzt, 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 Mäuschens. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt könnt ihr euch anschnallen. Packt die Badehose ein. Na, Missmanagement. Alter, die bauen ja übelst wie die Rattenschaffen-Boys. Alter. Bau wie ein Gott. Nichts. Ich baue nur Scheiße irgendwie hier zusammen. Düt, düt. Aber es muss auch irgendwie halten. So, jetzt, jetzt kann er von mir aus gerne wieder anfangen zu bauen. Oder nicht zu fällen. Pflanzen, Unfällen. Pflanzen, Unfällen. Pflanzen, Unfällen. Nehme ich die auseinander. Wenn ich wüsste, wer zuerst angreift. Wenn ich das jetzt wüsste. Das ist genauso. Du baust und baust. Wir haben jetzt halbe Stunde. Im Spiel. Im Spiel. Da oben seht ihr es ja. Oh, ich brauche danach gleich Gold und Kohle. Aber nicht wenig. Na, ich habe wieder einen Rahmen dazwischen. Egal. Kriegen wir hin. Hier noch ein Lagerhaus hin. Nice. Hier kommt ja auch noch mehr. Und die Kohle kommt da ja auch noch. Und hast du nicht gesehen. Ja. Oh. Ja. Schwucke. Süß. So, man bedenke. Wof ist da oben los? Er baut Lanzenträger. Genau, da oben hin. Das heißt, da ist... Scheiße, die bauen doch. Ungünstig. So, Metzger brauche ich tatsächlich auch schon. Ja, der Platz. Er hat es ja vorher erwähnt, der Junge. Der Gute. Ja. So, dann machen wir den Code auch nochmal unauffällig. Habt keiner gesehen. Und? Das unterstützt nochmal schön fleißige Bob. Der Baum weiß das. Ding. Ding. Oh, Alter, der Song. Fangen wir vorne an. Dafür ist das Spiel... Alter, die bauen nach. Ist denn falsch? Ich muss jetzt echt eine Kolonne aufbauen. Bus bauen. Oh, nee. Nicht schon wieder. So. Ihr Lieben, Liebende. Macht Spaß. Auch so schön. Entspannt. Nicht das beste Let's Play vielleicht für manch einen. Für mich ist es Entspannung. Wunderschöner sogar. Angenehm. Ruhe. Ist hier kein Weg. Jetzt. Das heißt, die müssen abhauen. Das heißt, die kommen nicht so schnell. Ich weiß auch nicht, was dahinter noch ist. Ich meine, das ist ja scheiße riesig hier wieder. Die Bonnach, die kann ich immer rausfischen. Das ist kein Ding. Die rausfischen wird... Könnte ich auch. Jetzt die rausfischen. Dann nehme ich hier einen schönen großen Trupp breiter. Und da unten, damit die die Bonn schützen. Und hier, richtig schön. Ja. Ja, ich glaube. Das machen wir. So. Oh, die sind hier unten noch bei. Dann sollen wir ruhig mal woanders wieder anfangen hier. Jetzt fangen sie langsam damit an. Es geht doch. So, jetzt kriege ich Gold in die Tüte. Was natürlich auch ohne Code schwächer gewesen wird, denn ich habe... Ah gut, ich habe hier unten noch. Siehst du, die haben sie noch gar nichts verbraucht. Okay, hätte man auch ohne geschafft. Alles klar. Und ich habe nun wirklich entspannt gespielt, weil ich das im Hinterkopf habe. Es geht... Ja, kann man ja machen. Mit Night Emergence. Das ist easy life. So, jetzt haben sie alles ein bisschen runter. Jetzt gucke ich mal, dass sie mal langsam wieder im Reinen sind. Ja, ja, ja. Passt. Pferde... Ach, passt nicht. Ich habe... Gebaut. Noch eine Schule bitte. Da eine nicht reicht. Nicht für meine Vorhaben. Fehlt ein Weg zwischen, ne? Boah, der baut auch Armbruchschützen. Der baut ja... Nicht wenig. Muss Gas geben. Nahrung wird langsam gesichert. Stroh kriege ich genug rein. Durch fünf. Für zwei Verbraucher. Das ist harmlos. Ich brauche noch einen Schmelzer. Tut mir leid. 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 Woher ich oben noch ein Lagerhaus bin? Ach, passt nicht. Aber wenn ich von hier oben... Ich mache mal einen Test. Scheiß drauf. Ich mache wirklich nur einen Test. Wenn ich das hier oben nämlich schon schön... schön zubauere. Ob der dann schon früher geht. Also früher, wisst ihr, hier runter. Also wenn ich jetzt hier oben diesen Code anwende, dann sind die bis nach unten... Bis die da sind, sind erst mal 20 Jahre vergangen. Truppen sind hungrig. Schon wieder? Hör auf. Die möchte ich mal nachbauen. Das sind Söldner. Babarren. Babarren, babarren, babarren. Die könnte ich runterlocken hier wieder. Senfassen. Es wird langsam groß. Ich kann es noch nicht alles wegbringen lassen. Tun, machen. Und gleich kommen wir zur magischen Grenze. Wenn hier drüben, ich glaube, 60 ist so die Grenze. Wenn das da drin ist, 60. Dann wird es nur noch geholt und gebracht, wenn es sein muss. Bis 60 wird alles reingebracht. Ohne Rücksicht, auch Verluster. Ah, ich hätte sie oben machen können, ne? Einmal Tipp, immer Tipp. So. Ah, die laufen schon. Ich habe 30 Mal. Das war auch gerade ein bisschen heftig. Er läuft oben rum. Er auch. Das ist sehr schön. Oh. Oh, die schöne Wurst. Oh, ich verballe die ganze Wurst. Nahrung 50. 37. Ja, ich kriege mehr. Okay. Plus das, was hier noch unten wäre. Alles cool. Ja, wenn der Stein weg ist, habe ich noch ein bisschen Luft. Hier oben. Hier könnte ich auch noch tierisch ausbauen. Hier oben hole ich mir mal gleich. Oh, er baut da noch Eisenreiter hin. Jetzt muss ich bauen. Jetzt muss ich hemmen gehen. Ich muss den gleich aus den Füßen nocken. Von der Hocker Socken her gesagt. Ich nur sprach. Ich könnte jetzt eigentlich eine riesen Turmwand hier hinbauen. Da nicht. Aber hier, also hier, hier könnte ich Turm, 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 Turm und hier einfach auch noch einloggen. Wäre einfach. Haben wir in der letzten Runde gesehen. Es geht flott und schnell. Hier das Gleiche tatsächlich. Hier würde ich Turm, Turm, Turm an Turm 3 herein und mal bauen. Und dann gute Nacht, Marie. Würde gehen. Mhm. Na, kann man auch noch welche rausziehen. Alle nur rein. Achso, die Bums. Jetzt. Hule ich mir die runter? Ich weiß noch nicht. Mit mehr Bogenschützen, ja. Die haben Frischnahrung. Das ist gemein. Das mache ich nicht. Ich brauche hier eine riesen Horde. Horde und eine Herde. 12 Gold 63. Alles cool. Noch im Rahmen. Aber ihr seht, wie eng das wäre, wenn man es normal macht. Das ist... Ich finde es ja... Ich könnte mir sagen... Ich finde es gut. Aber totales A war dahinter. Das ist einfach so schwer gemacht. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ah, sechs, sieben Jahre knapp. Also je nachdem, welches Jahr. So, sechs, sieben Jahre. Ihr seht, wie schwer das jetzt schon strategisch ist, dass du minimal perfekt alles setzen musst. Ja, kannst du mal... Kannst du mal Kieken püppigen. Das nicht ohne. Oh, da habe ich einen Stein vergessen. Ah, nee, der baut er noch. Ich habe jetzt übelst viel nachgebaut und die bringen trotzdem keine Waffen. Jetzt geht es weiter. Den Gerber. So, dann hätten wir das... Für die Schmelze hätten wir dann... Au. Oh, passt nicht. Passt. Passt, passt, passt. Easy. Sollen wir einfach mal bauen. Alter, der ist auch schon fast... Die haben einen Tempo. Da schlackest du nicht mehr in den Ohren. Das ist nicht feierlich. Bring doch erstmal die... Jetzt können sie auch nicht, weil da kein Platz ist, ne? Ja. So. Brauche ich nochmal ein paar Gehilfen. Und Schmelze. Ich speichere mal. Ich ahne, langsam wird es gleich losgehen. Wir haben sie jetzt rum im Spiel. Eine Stunde, 20 Minuten. Wird eng. Ich plane meine ganzen Einheiten. Die bringen auch immer noch was ordentliches rein hier. Aber es ist... Es ist, wo ich sage... Ja, 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 ja. Die anderen Menschen, alles ganz normal? Ja, läuft alles. Ah, fehlen ein bisschen Mehlsäcke. Ach, komm schon. Ob auch der nächste... Okay, gut, passt, habe ich nichts gesagt. Da wohnt jetzt ein Bogenschützen hin? Alter, der ist ja voll auf Angriff, ah? Ein bisschen Angst. Zumal er hier oben auch wieder voll ist. Da fehlen ja noch Einheiten. Gott sei Dank. Sonst hätte er die jetzt, glaube ich, schon zum Angriff genommen. Da kann ich jetzt auch nicht hinstellen die Einheiten, muss ich hier machen. 50 Einheiten sollte erreichen. So jetzt habe ich ja schon mal ein gutes Polster. Jetzt muss ich aber auch gleich Einheiten bereitstellen. Genau, jetzt kommen nämlich die. Jetzt habe ich Scheiße ausgelöst. Jetzt habe ich richtig Scheiße gebaut. Ihr seht ja was da unten los ist. Mist, Mist, Mist. Gut, dann sonst einfach mal ein bisschen bauen. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Jetzt holt ihr die Fähre rüber, die Schilde. Das ist ja nur Eisen, Eisen und Schwert und alles. Aber trotzdem. Hört. Habt ihr das Geräusch gehört? Dieses Dün-Dün-Dün-Dün? Ich kann da nicht reingehen. Ich muss aufpassen. Hat der Einheiten, Alter. Hier jetzt reingehen, dann kommt alles an. Ich habe keinen Polster. Naja, also nicht an sie tun, aber... Ähm... Das sind so schlechte Witze heute wieder. Das sind ja noch nicht mal Witze. Okay, jetzt kümmern sie sich langsam mal wieder um die anderen Gebäude. Langsam ist gut. Endlich mal. Ein Gold... 92. 79 ist klar. Das ist... Ah, ehrlich, ehrlich, ehrlich. So. Achso. Äh. Dahin. Das sind alle? Hier nicht. Das klingt irgendwie so ein schlechter Porno. In Stellung, in Stellung, in Stellung. In Stellung. Ah, ey. Denk ich da immer nur dran. Zu versaut. So. Jetzt hebe ich mir aber noch eine zweite Einheit, nämlich auf. Denn während die da gleich hemmen, Bürgern... ...wird ein anderer Front eng. So. Boah, die haben wir schon alles weggebracht. Wenn sie könnten, würden sie mehr. Aber jetzt bringen sie Bogen und sowas alles noch. Boah. Guck mal hier. Ich brauche noch ein Polster nach oben. Okay, die Einheit haben sie gerade erst vollgestellt. Da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt auch was. Die ist... So gut wie fertig? Oh, die rette gerade. Nice. Nice. Huch. Pölstchen ausgewählt. So, da habe ich jetzt ein Pölzdäschchen. Hau mal auf. Jetzt geht's los. So, die haben Nahrung gekriegt. Die, während ich hier halb AFK bin, kriegen immer richtig, richtig Arbeit. Das ist mir auch scheißegal. Da habe ich Gnaden los jetzt. Da haben sie sich verdient. Noch ein paar Arbeiter? Nein, das läuft ja ohne auch so alles flüssig. So, die haben alle Hunger. Alles klar. Komm her, hier. Komm her, komm her, komm her. Boah. Oh, das ist kassierende. Ja, rein hier, rein. Hem, 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 hem. Komm. Kommt keine zur Verteidigung? What? Das war's? Das waren die? Ah, da oben ist... Oh, da oben ist ja alles voll. So, die haben sich dann schon mal erledigt. heilige Scheiße. Der schickt die von da oben auch runter. Oh, lol. Das ist ja pervers. Da oben sind noch welche. Okay. Ah, die waren von ihm. Eisenleute sind von da. Und von da auch. Alter, Falter, 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 Falter. Na ja, gut. Erstmal so viel dazu. Komm, nehmen wir mal weg. Die sind die Nerven. Das machen wir aber in der nächsten Runde jetzt erst weiter. Ich muss erstmal wirklich sammeln, was hier abgeht. Und wir sehen uns dann wieder, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, alles richtig. Ciao.